Das Team von Mabacher Film ist wieder mal bei mir zu Besuch. Sagt Hallo! Warte, wir filmen grad nicht. Ich weiß nicht, ob ich's hier schon mal erwähnt hab, aber es wird eine Doku über mich gedreht. Mabacher Film. Schaut mal auf Facebook vorbei. Hollywood. Wien. Ein und dasselbe. So schaut's aus, wenn man gefilmt wird. So, ich mach ganz gut. Hallo, ich bin die Sonja, und ich bin die Kathi, und wir machen gleich ein Interview mit Martin über Social Media und YouTube. Meine Snap Week kommt gleich. Ich bin gerade drauf gekommen, dass heute Weltkusstag ist. Ich hoffe, ihr habt jemanden, der euch küsst. Hallo meine Lieben, heute habe ich einen Kochtipp für euch. Und zwar geröstete Knödeln als Auflauf. Es war Resselverwerten angesagt. Ich hatte noch jede Menge Semeknödeln, Brokkoli, Karotten und Cremefin. Das ist alles mit ein bisschen Gewinn. Das Gemüse mit Zwiebeln und Knoblauch anrösten, beziehungsweise dünsten. Dann die Knödeln dazu in eine Auflaufform und mit Käse überbacken. Und das kommt dabei raus. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich bin gerade beim Trainingslager bei Eroli Fußballmannschaften. Es gibt drei Bundesländer mit Mannschaften, und vier Tage dauert das Trainingslager. Das Problem mit den Behinderten heutzutage... ...sie büxeln immer aus. ...so... ...jetzt ein Auflaufformen... ...sie ganz klar! Das ist wie das deutsches Ding. ...sie ganz klar! ...sie ganz klar! ...sie ganz klar! ...bitte Schau, schau, schau! ...bitte Schau, schau! ...bitte Schau! ...bitte Schau! ...bitte Schau! ...bitte Schau! ...bitte Schupper, ...bitte Schau! ...bitte Schau! Ich helfe's, komm! ...bitte Schau! Langgeschickt, von dem ihr gesehen! ...comwo, Alter! ...bitte Schau! Aber jetzt kommt er nach vorne ein. Warum ist er unbedingt so gemein normal? Ja, vielleicht war ich nach vorne ein, das wollen wir nicht passieren. Ich liebe Rollbänder. Ich hab sie überlebt. Mein Name ist Mabacher. Einfach nur Mabacher. Gibt es eigentlich einen Sondertarif für Stotterer bei der Sex-Hotline? Und wer hat's gewusst? Ich. Gratulazione.